Da wir heute Abend ein bisschen was vor haben mit Spargel, brauchen wir natürlich den Spargel geschält. Und da haben wir uns überlegt, machen wir doch einfach mal einen Contest. In der ersten Runde regen gegeneinander an Sebastian Kohl, unser Su-Chef, gegen Yari Dorrath, unseren Junior-Su-Chef. Auf die Plätze, fertig, los! In der nächsten Runde, quasi die zweite Vorausscheidung, muss ich leider selbst an das Werk, ja? Und zwar gegen Nikolaas Bernonico, gegen mich, Matthias Stube. Auf die Plätze, fertig, los! Herzlich willkommen im Finale, es dreht ein Gegeneinander an. Nikolaas Bär, gegen Yari Dorrath, immer noch unser Junior-Su-Chef. Auf die Plätze, fertig, los! Jawoll! Und somit steht es fest, der Spargel-Spielmeister 2014 ist Yari Dorrath. Heißt, ich gehe. Heißt, ich gehe. In der ersten Runde regen gegeneinander an, unser Su-Chef, Sebastian Kohl. In der ersten Runde, Sebastian Kohl, unser Su-Chef. In der ersten Runde, die Runde, die Runde, das war der Runde. Ihr wisst, das ist so ja. In der ersten Runde in diesem Gesicht. Ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020